Moin Moin und willkommen zur Turtle Parade 2015 live aus Minecraft. Nein, falsch. Willkommen zum Tag Video Nummer 1. Ich hoffe ja immer noch, es bleibt bei einem. Ja, ich wurde von der lieben Janka, irgendwo in der Beschreibung verlinkt oder auf dem Bildschirm oder wie auch immer, getaggt vor einer halben Ewigkeit. In dem Sinne als allererstes einen lieben Gruß an Janka. Hallo, du kriegst jetzt deinen Spezialgruß, den du eingefordert hast und ein... Es tut mir leid, ich habe es bislang noch nicht geschafft, aber jetzt habe ich es ja geschafft und jetzt ist das Video da und ich muss irgendwelche komischen 10 Fragen beantworten, die nur entstehen, wenn man vielleicht Langeweile hat oder nicht. Und ich habe mir nicht für alle Fragen irgendwelche Antworten überlegt, sondern teilweise kommt das Ganze jetzt einfach spontan und ich bin hier ein kleines Hühnchen. Nein, okay, eigentlich bin ich kein Hühnchen, eigentlich bin ich, äh... Eigentlich bin ich ich selber, so. Tada! Mitten in der Turtle Parade. Juhu! Yay! Und weil mir kein besseres Spiel einfällt, stehe ich jetzt halt hier in Minecraft rum. Ähm, ja, kommen wir gleich mal zu Frage Nummer 1. Welches Obst wärst du gerne? Naja, ne Banane. Was sonst? Also nicht, weil sie lang ist und krumm und steif manchmal, sondern weil es Bananen sind. Bananen sind lecker. Bananen kann man gut essen. Bananen sind lecker und so und ich wär gerne lecker. und gelb, vorher grün. Banane halt, weil es ein anderes Obst wär doof. Keine Ahnung. Banane. Also ich wär gern eine Banane. So einfach, ganz einfach. So, Frage Nummer 2. Was ist deine Lieblingsfarbe? Guckt auf den Bildschirm und ratet. Okay, es ist orange. Ja, hinter hier sind, ne? Fünf orangene Turtles. Ich hab orangene Haare. Ich hab einen grauen Pulli mit orangene Wändchen. Ich hab eine orangene Hose. Ich hab orangene Schuhe. Und da hinten steht eine orangene Blume und noch eine. Und sowieso alles, ne? Also, orange. Frage Nummer 3. Früher Vogel oder Nachtäule? Also ich bin definitiv eine Nachtäule, obwohl ich tagsüber wach sein muss. Auch früh. Manchmal. Aber ich bin doch eher produktiver in der Nacht und sowas. Also bin ich auch eher eine Nachtäule. Also, keine Ahnung. Ich sitze auch lieber irgendwie nachts um drei vorm Rechner, um dann Videos zu machen. Das merkt man halt nicht. Weil ich dann immer noch so aufgedreht bin, wie es würde ich früher aufstehen, wo ich nicht aufgedreht bin. Ergibt jetzt keinen Sinn, aber das ist egal. Das müsst ihr halt jetzt einfach so akzeptieren. Ist halt so. So. Ach so. Häusper, Häusper. Frage Nummer 4. Lieber süß, sauer oder salzig? Hm. Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Also eher süß. Weil Schokolade und so. Ich esse gerne Schokolade. Sieht man mir nicht an, aber ich esse gerne Schokolade. Ich hab jetzt schon wieder, äh, ähm, so Schokokekse verdrückt und ganz viel Schoko-Knipperzeug und drei Tafeln Schokolade. In den letzten drei Tagen. Ich hab einen guten Stoffwechsel. Und salzig denn eher Salzstangen. Und Salzbrezel. Ja. 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 Ich glaub, das kann man so stehen lassen. Frage Nummer 5. Ähm. Ähm. Da ist so. Lieblingscharakter aus einem Spiel. Äh. Parker aus Red Faction. Ich mag Red Faction, deswegen mag ich auch den Hauptcharakter Parker. Keine Ahnung warum. Aber ist halt so. Ist der einzige, der mir auch spontan einfällt. Ich kann ja schlecht sagen, die Siedler von, die Siedler. Das ist ja, das sind zwar Charaktere, aber es ist kein Lieblingscharakter. Also von daher, es ist immer noch Parker aus Red Faction. Also dem ersten Red Faction, ja. Wohl bemerkt. Ne. Ja. Ich glaub, ich hoffe ihr kennt das. So, ich, äh, bewege mich mal kurz, damit man sieht hier, ich lebe noch. Hallo. Ist kein Standbild. Uhuhuhu. Äh. Frage Nummer 6. Regenschirmjacke oder doch lieber nass? Keine Ahnung. Also ich hab eine Regenjacke. Ich benutze eher selten Regenschirme, weil mit denen komm ich nicht klar. Die, die mobben mich immer. Äh. Und meine Regenjacke, die ist mir halt immer noch treu, obwohl ich die Kapuze nicht leiden kann. Also kommt auf die Stärke des Regens an. Wenn es jetzt nur so Nieselregen ist, dann ist mir das völlig egal, denn lasse ich halt meine Haare nass werden. Und mein Gesicht. Und alles, was da dran hängt. Ansonsten habe ich eine Regenjacke. Frage Nummer 7. Selber kochen oder lieber doch bestellen? Klingt komisch. Ist aber so. Ich koche eigentlich ganz gerne mit Lilly zusammen. Aber wir bestellen auch. Was mir jetzt davon lieber ist, weiß ich nicht. Das Selbstgemachte ist meistens leckerer. Wir machen auch selber Pizza. Also von daher ist es egal. Weil wenn wir bestellen, bestellen wir Pizza. Oder Hähnchenteller. Aber selber machen ist noch leckerer. Also eher selber machen. Frage Nummer 8. Wie groß bist du? Ich bin klein. Ich bin 1,79. Auf meinem Perso steht 1,80. Aber ich bin 1,79. Ich bin mit dem Alter wieder eingegangen. Oder meine Hornhaut am Fuß hat nachgelassen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich eingestanden. Nee, keine Ahnung. Und das letzte Mal, als ich mich gemessen habe, war ich 1,79. Kann natürlich auch mal größer gewesen sein. Oder ich bin jetzt wieder größer. Ich weiß es nicht. Frage Nummer 9. Deine Lieblingsjahreszeit? Eigentlich der Winter. Was? Nicht der Sommer? Nein, Winter. Weil, ne, drinbleiben. Einkuscheln. Warm. Sommer ist, man geht raus. Es ist draußen vielleicht warm. Es kann aber auch Scheißwetter sein. Es ist trotzdem draußen. Man weiß nicht, ob man die Heizung anmachen soll. Wenn es kalt ist. Ne, und so weiter und so fort. Also, eigentlich der Winter. Weil, schön kuschelig, drinbleiben, warm. Filme gucken. Kerzenschein. Weihnachten. Okay, Weihnachten ist halt. Naja, Weihnachten halt, ne. Zumindest kann man dann komische Musik hören. Und hat dann Zimtgeruch und sowas. Äh, ja. So, kommen wir auch schon mal zur letzten Frage. Mann, bin ich schnell heute. Es müssten mehr Fragen sein. Naja, egal. Kommen wir zur letzten Frage. Frage Nummer 10. Das erste Videospiel, das du gespielt hast. Naja. Naja, also. Eigentlich, äh. war es, äh, Giant, China Sisters für den Commodore 64. Uh, was ist denn ein Commodore 64? Ja, das ist, äh, alt. Das ist sehr alt. Also, das Spiel ist von 1987. Nein, ich hab nicht mit, nicht, nicht direkt 1987 angefangen zu spielen. Ne? Sondern, äh, äh, ich hab ein paar Jährchen später gespielt, aber trotzdem. Aber das nächste, also das, also das, also das, daran kann ich mich zumindest erinnern, dass ich das gespielt habe. Es kann auch ein anderes noch davor gewesen sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, äh, effektiv wahrgenommen, also richtig wahrgenommen habe ich allerdings erst dann, äh, auf dem Amiga, äh, die Siedler. Ja, ich hab mit die Siedler angefangen, rein theoretisch gesehen. China Sisters war halt zwar schon davor und auf dem Commodore, aber, ich glaub, so richtig dolle war denn erst Siedler. Wo ich mich dann geärgert habe, dass irgendwas nicht mehr funktioniert hat und ich Siedler nicht mehr spielen konnte auf dem Amiga. Was auf drei Disketten ausgeliefert war. Aber dann, äh, gab's ja Gott sei Dank kurze Zeit später, äh, die PC-Version. Und dann hatte mein Vater auf dem PC und dann konnte ich da Siedler weiterspielen. Boah, und was war das für ein Grafik-Sprung? Oh. Schon enorm. Wo war das die Siedler 2? Ne, das war nicht die Siedler 2. Erst noch die Siedler 1, ja. Genau. Halten wir fest, am besten, äh, China Sisters auf dem Commodore und, äh, die Siedler auf dem Amiga. Ich glaube, so kann man das festhalten. Ja, ich glaube. Und ich glaube, das war's dann eigentlich mit den Fragen. Verdammt. Jetzt müsste ich nur noch nominieren. Ja, ich, hm. Wen nominiere ich denn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich werde es wahrscheinlich hier irgendwie da so im Bildschirm einblenden. So, so, keine Ahnung. So, so. Irgendwo. Irgendwo werde ich es einblenden und dann werden die Leute von mir benachrichtigt werden. Ah, ey, ey, ey. Du wurdest getaggt. Von mir. Beantworte gefälligst diese 10 verdammten Fragen. Mh, so wie ich, der das sonst nie macht. Und, ja. Ja. Genau. Mal gucken, ob ich wen finde, wer nominiert werden könnte. Ich glaube, oh, wo doch, ja. Doch, ich glaube, ich weiß wen. Ich glaube, ich weiß wen, um das Ganze ein bisschen zu spreaten. Wahahahaha. Mal gucken. Alles klar. Dann, ja, vielen Dank fürs Taggen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was über mich gelernt. Ich habe diese 10 Fragen jetzt beantwortet. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Und so. Und während draußen schon wieder Krach gemacht wird, verabschiede ich mich. Und nochmal ein herzliches Dankeschön an Janka für die Nominierung. Und Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Und jetzt rede ich in einer ganz komischen Stimme. Weil noch ganz herzliche Grüße an die anderen Bananen geht. Tschüss.